So, ich will den so weit wie alle die, obwohl ja, also, das ist ja so, ja, dieses Auto, dann werden wir doch mal angeteilt. Ja, sieht doch gut aus, ja, eigentlich sieht es gleich, ich will nicht fahren. Ich weiß, ich bin der beste Fahrer. Dann muss ich mir das Auto holen. Heute machen wir auch mal... Keine Ahnung. Ich mache mir das Auto. Kann man nicht spezifisch überlegt. So. Ich bin dumm. Ich fahre noch nicht zu fräsen. So. Jetzt können wir das Auto holen. So. Ich habe ein neues Auto. Ich könnte gerne verkaufen. Ein Reto. So. Was ist das für uns noch? Also der Rot spricht mir ein bisschen an. Dann haben wir es gerade. So. So. Jetzt haben wir es wieder heute. So. Dann haben wir es wieder unterhalten. Dann haben wir es wieder Helden gemacht. So. 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 Die haben wir Decke. So. Das ist alles ganz schön. ... ... ... ... es ist es ist es ist es ist jetzt kommen wir ich hoffe ich werde dir jetzt wir alles ich werde dir es ist Mal schauen, wie soll ich noch nicht? So. Ab mit Beis. Ich kann ihn abrufen. Überlaufen. Okay, dann machen wir noch mal. So. Ja, aber ja. Ist ja nicht so richtig cool zu machen, was zu sehen. Ja. Ich bin der Gangsterweger, der es immer noch lange muss ich sagen. Und ich kann ihn nur mit der Strasse und so aus. Und so. Ich bin ungefähr, wo es ist. Indem man das höchste Frieden herkommt. Ja. Und ich brauche die Serie nicht mehr zu tun. Und ich bin schon gar nicht schlecht ausgerüstet. Ja, da gehen die Waffen am Start. Ja. Ich weiss nicht so viel Geld. Die Kohle verputze ich immer. Aber ja, was hast du? Jetzt kommen Sie nicht so viel Geld? fürs genug kleine Geschenke und tschüss Ich verpisse mich jetzt mal Ich werde überwege das Flieger ein bisschen ankommen so genau so und ich habe eine die 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 Oh, ja, 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 ja. Das war eine dumme Idee, weil ich dann ein wenig Schaden nehme, weil ich dann an die Kumpel von meinem Turm habe. Ich drohe meine Waffe zu ziehen, die ich bekomme. Ich habe mir keine Lizenzen. Ich nehme nur so etwas hier. Ja, genau. Ah ja, schönen Amitag. Oh, oh. Gut gelandet. Nicht brauche. So. Eben etwa hier. Merci. Danke dir wieder voll. Es hält noch nichts. So geht es dann ab. Genau. So. Ich will jetzt noch etwas steig genug, weil es ist anders. Damit der Ansicht und der Optik sind wahrscheinlich wie GTA V. Oder ob es so GTA auf dem Handy eigentlich ist. Also, GTA 5 wird sicher auch schon kommen, aber das macht es auch noch gut auf Petsatum. Da kann man auch noch mal auf GTA zocken. Er ist ein sohn der Skills-Autowood-Sporn. Ich habe es noch nicht gesagt, es ist kein Lisk. Ich habe es mit Rugga. Ich habe es mit Rugga. Ich habe es mit Rugga. A-a-a-brunnt muss. Blast. Njó, er summa voran. Ja, wir müssen hier schauen. Komm, ich schaffe sonst nur PS. Komm schauen. Yes. Hey ja. Jetzt einfach mal schauen. Warte, drei, zwei, sechs. Oh, das gibt's ja nicht. Du aber Ich hoffe, das ist ja nicht. Ich hoffe, das ist mir so. Hä? Ah, hier? Sech, ich schaue dich an. Ich muss das hier sein, natürlich. Ja. Ich muss nicht direkt an der Tür gehen. Also nochmals. Dann ist es so richtig, ich bin nicht so okay. Normalerweise. Ja, da ist das das best, weh. Aber dann muss ich sehen. Dann muss ich vier sehen. Nei, oh, das ist vier. Es gibt vier Sterne. Dann bin ich mal nicht. Das ist ein Schnellkong. Erste kaufkorn, ekki öffnir. Ersteina, grömmu, öffnir. Ja, við sýtu, Reinosi. Við sérum viður í lagum, anklefnir. Svo var, eður getur tónal bústu. Mér hætti hér skipt og ég maður til að fá vikas eili búst. Da muss ich ein bisschen hoch fahren. So, davor noch eine Suche zur Baustelle. I'm sorry, ich muss hier mal durch. Jetzt mal ein geiler Drift. Komm, so. Wenn ich mal in der Basis sein werde ich ohne ein Auto, das kommt. So, wenn wir irgendetwas kaufen, können wir es einfach in die Kommentare schreiben. Das ist ein Tempel. Ich muss hier einfach weg und ausprobieren. Das ist ein Tempel. Ich bin hierher ein Tempel. Das ist ein Tempel. Wir sind hier ein Tempel. Wir haben hier ein Tempel. Ich bin hierher Tempel. So, ich muss es ein bisschen fahren. Ich komme auch gut auf Pullen entkommen. Ich nehme dich ein Sponch. Ich teleportiere, wenn ich dann schnurre. Dann komme ich scheisse. Ja, jetzt sollten wir dann mal bei der Postel sie ankommen. Ja, hier ist sie gerade. Aber ich habe nicht das Zeug aus. Ah, ich habe jetzt erwartet, weil ich die Verklippung sehe. Yes. Das mache ich. Aus dem folgenden Grund. Bäm. Jetzt siehst du mal, wie geil es ist. Jetzt schon genug Platz, oder? Schö, mega geil. Und geil es ist. Ja, ich kann schon auf die Hülle fahren. Und ich muss bitte mit dem Aluf. Ein bisschen trug. Es glänzt so schön. Und ich kann auch so. Follow us! Yes! Easy. Töfli. Töfli. Körs probleem. Basta ist Töfli. Was ist Töfli? Was ist Töfli? Was ist Töfli? Bäm. Heim. Was ist Töfli? Nein! Das ist Töfli. Was ist Töfli? Wie war die Masch? Wohin? Dies ist nicht das. Was ist Töfli? Hey, das ist morgen, ich kann nicht mehr schlafen. So. Ja, mit dem Füßen sind wir noch aufstehen. Kein Rückwärtsgang, wir sind alle neu bei oben. Ich kann nicht rumpeln so scharf, dass es leichte ist, bin ich dort. Legg mir mal. Kein weiter mit dem Weg, das ist zu kurz aufstehen. Er ist zu kurz aufstehen zu können. Naja das ist noch so cool. Aber ich sehe einfach, ich versuche die Presse. Was ist denn aufstehen? Lass dich meine... Lass dich? Okay, renn! So. Geil, du musst dich leicht auf. Rot, mein Lieblingsvart. Geil, das ist richtig geil. So. So. Oh, ich weiß es nicht. Okay. Tschüss. Ah, ficken wir mal. Weet die probleme. Problemen? Weet die probleme haben wir hier auch mal ab. Of doch passt es nicht. Es ist die Postelgehezer, vor allem nicht wahr, ob wir dann nicht mehr durchkennen. Nei, þig grínast, það fór viti múst að við svarð sig. Allt, hvað sést inn í los? Slaðið í Rönnita. Maður er stjóld. Vel að voru að maður er stjóld. Nei, hvað? Ertu ekki í alltaf? Ertu ekki í allt? Hvað. Sla hann ni, som ni, n Stadt grín ánsevitinnok í motorgrést, se Int. in einem dörfsten Hohen auf Internet-App-Cloud. Und sovorschloss, mit mir ist einfach keine Chance. So gewalt es mich darunter. Es ist okay, ich habe mir ein Auto in der Tektor. Ich gebe den Dörfstum im Auto und holen mir ein Auto. Oh, das ist mein Auto, ich bin ein Gangster, das ist mein Auto, das ist mein Auto in einem roten Dörf, also ein rotes Auto kann ich mir in diesem Fall Ah, stopp! Warte! Oh, ich bin ein bisschen rein fürs Fahrrad oben, ne? Ah, ich bin hier nicht. Jetzt ritt ich ein bisschen weiter und ich bin besser, ich kann besser fahren, was sie tun. Geil? Jetzt müssen wir doch noch zu. Ein guter Chip doch immer noch mal so gefahren. Ja, ein guter Chip, der Knopf ist. Ich bin direkt die falsche Route gefahren. Nice. Nee. Ah, danke. Jetzt kann ich noch mal den ganzen Weg hoch fahren. Ich muss ein Junge in den Kurve suchen versuchen. Oh, ich muss mich ein bisschen aufziehen. Ah, ok. Jetzt kann ich noch mit Rügelchen wegdruck fahren. Ich bin sicher schon. Ein guter Chip von mir oder nicht? Ich bin regelmäßig. So, ich bin fast hier rein. Ich bin jetzt noch ein bisschen Keys focusst. Ich bin das gerade so. Ich bin ja fixiert. Jetzt mache ich das vor der Brügel. Und dann mache ich das vor der Brügel. Ja, da. Und da hat er auch nicht. So. Ich bin der Brüttel, aber ich weiß, dass ich nicht mehr vorfahre. Vielen Dank. 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 Hey! Vielen Dank. Vielen Dank.